Ey! Mein Gott, bitte! Ich hab mal Fähigkeiten hier drinnen! Ich hab nen Bug, ne? Warte, warum? Ich hab ne Stimme! Warte, warte, warte! Spass! Fein! Die Hannes Stark! Die Hasen! Was für die Schaden? Boah, als ob der mir hier keinen Spaß geben lassen hat. Sie gleich ne Pass. Nein, da war kein Spaß, ey. Was für eine Goldene? Ey, wie? Niemand schießt denn da euch? Das ist ein Boss. Aber nur eine, Bruder. Aber komm, sie ja hier, Bruder, weil ich sie gönne. Ey, egal. Nimm, Cousine, nimm, nimm, nimm. Nein, nimm, Bruder, das ist zu Spaß, Bruder. Ich kann doch mit ner Papp umgehen. Du bist ja mit der Spass, dass du das immer haben, oder nicht? Ja, das ist doch nicht, ey. Ja, das ist doch nicht, ey. Ich hab mit meiner Spass, ey. Warum soll ich mal mit Combat spielen kommen? Nein, hör auf, hör auf. Die Combat ist scheiße, hör auf. Ja, du machst mehr Wermitschiff mittlerweile, oder? Na, versuch nicht, ey. Ja, die Bruder werden wir jetzt wieder in epischen Sekunden, ne? Da hast du schon böse, ne? Eich, Lomme. Wo ist die Papp da? Wo ist die? Die haben sich die da hinten hingedroppt. Warte. Ja, da kommt jetzt, Bruder. Wir müssen einfach immer noch ein bisschen zusammenbleiben. Wir müssen ja nicht... Wir müssen ja nicht... ...zusammenbleiben. Ich möchte immer noch ein bisschen zusammenbleiben. Ich werd immer ein bisschen zusammenbleiben. Damit wir wenigstens etwas haben. Nimm den, was auch. Da geht mir die bingis. Wir müssen wenigstens etwas kursen. Also wenn du so viel ist und jedenfalls kürzen. Ich müsste wenigstens zusammenbleiben. Ich gebe zu. Damit ich hier immer von hinten lege. Oh, miesesl steps, oh, das ist da bald. ja nimm den piggy hab ich doch oh hack den hack den ich bin so hinkgelacht jetzt noch einer komm mal das ist ein typ ich glaube ja hä lass mich fahren lass mich fahren komm her, lass mich fahren ich bin in der Suche ein Wetter ist die gerade mit dem Orson wo? war so warte kommst du? komm komm ich hab noch ein mit 3 1 2 1 1 2 1 ja 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 guck mal, es gibt sogar einen Back, ne? Du kannst sogar mit der Pekex äh, dabei kriegen na guck mal, wenn die Entfernung so wie jetzt ist, ne? dann ist es perfekt dann kann sich jeder mal wissen sollen wir mal versuchen, die Pomegran zu holen wenn wir das schaffen sollen kommen aber diese Entfernung, die wir äh, da vorne, Bruder diese Entfernung, die wir jetzt haben die ist perfekt über dir ist noch ein Typ, der ist noch gepettet ich weiß, was wir wollen dann hat er es da oben auf dem Dach zwei, drei Stücke sind da auf der Bank ah, ein Panzer, ey that's right it's easy happy 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 ich hab noch einen ich hab noch einen ja, die fighten sogar let's go, Bruder ich hab noch einen ich hab noch einen ich hab noch einen auf mich 30 nochmal 30 nochmal 30 nochmal 30 hast du noch einen Wocket Money, Bruder? der ist legit 10 HP geh mal bitte Wocket Money wenn du hast schau mal kurz ich hab noch keinen Flopper ey, ich hab noch keinen Flopper offrt auf mich auf mich jetzt noch einer der ist ein Boah! Die Gastronomie! Und? Du wüsst's denn? Wo ist die Tummy? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Was läuft doch nicht los? Ab und Nice! Jetzt aber noch reiz! Wie viele sind die hier noch? Das ist Agency, Bruder! Das ist bei euch! Tschüss! Pass auf! Mega! Ich gebe euch ein bisschen Wack mit Money, wenn du hast! Wack ist ein Wack, ich kann ihn nicht. Ja, okay, egal, ich habe den Weg getan. Pass auf, Geist! Entferne, entferne! Das ist nicht! Das ist nicht, oh! Nein! Boah! Lass mal gucken, warum mir das hier noch ist! Ja, du wieder eine 12, Bruder, wir machen die Tür. Komm, lass noch mal das 12 machen! Lass gucken, warum mir das hier noch irgendwo ist! Ich hab 8 kills, Bruder, wie viele hast du? äh, neun. Bauen wir noch ein Geist. Wo? Neun. Ach du, Snowboard. Sehr stark. Nee, das ist aber nicht mehr da. 14. Guck mal, die manche machen ja immer so, ne? Die schrauben das ja immer ab, ne? Manche, das auf der ersten Weg... Scheiße. Mach das auch. Hier ist noch ein Biggie-Eye, komm mal... Hier. Packst du den Biggie? Ich meine, ich halte länger ein bisschen... Ist der Rocket Muni? Boah, sauber. Sieben Schuss, okay. Boah, das ist aber Ehre, Mann. Aber was haben wir hier für die Probleme? Boah, schon die Komi kann ich spielen. Ich hab Rocket, Bruder. Jetzt hab ich Rocket... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Jetzt mal Eux wieder ein Biggie... Wieso? Wo gehen wir als nächstes hin? Als nächstes gehen wir weepäen. W gast, was soll ich da abcheiken, komm! Schlim生wesen mit? Komm mit soy... Ich hab auch rein, bruder, komm und Warzeug... Da hinten, Fein mit Vas das war eine Probleme mit einer der anderen Seite ich bin vom Kabel zuerst wenn wir so zusammen die ganze Zeit bleiben und schlagbar ich werde nichts mit den Abnern spürt ich werde es dann mit grün ich habe die mädchen gebrobt hinter dir wo ist der Da ist ein Team! Da ist ein Team! Da ist ein Team! Wo ist der? Auf ihn! Den ersten auf dich! Auf ihn! Da sind die von Boom! Was ist denn? Was ist denn? Was ist noch ein Team? Auf ihn! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ganz oben stehen! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Pass auf, der ist da komm mal! Ich hab die von Boom! Unwie! Unwie! Mach hinter sie zu! Ich hab die von Boom! 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 Was hat das für凌! Ich hab die von Boom! Ich hab die von Boom! Ich hab die von Boom! wir gehen noch nicht mal so alleine und ich habe die beiden stärksten in der Dumsball und Ironmans Dreieck hä ich hab 19 Kills ne? ich hab 15 ja da sind das doch äh 9,5 äh was ist denn das? die kommen jetzt als Bester wieder Kuser ihr Armee beides geilste die sind alle unter dir pass auf die kommen jetzt als Bester wieder Kuser ihr Armee beides geiles und sie sind alle unter dir pass auf auch 6 und so spielt ich habe noch ja ich habe auch im 6 und 20 ja das ist eine 6 und 20 wortel fahrt halbisches innen er wollte nur 6 und 20 die letzten ich habe mich ab ich lebe noch ein duo davon leben noch zwei geister ich steppe einfach oh mein gott ich weiß schon dass du hast 18 ne und ich hab 90 dann hätte ich ja aber eigentlich 39 ne wenn ich die anzeige wieder kaputt geister an miche da ist das wir haben eine 40er bomb ne bei mir sind die solcher nicht keine ahnung du weißt schon wir haben eine 40er bomb ist dir das mal aufgefallen ja eigentlich schon weil ich hab 18 und ich hab 19 ich hab 19 und ich hab 19 ja alter diese geister sind die die geister ne die geister ja weil er nicht die geister ich hab nur die geister ja es lebt nur noch ein duo ja das ist das das ist das ist das ist das ist nicht das ist es ist das ist das ist ist die im haus da kann ich nicht sein was so zweiter ist ich doch wirklich ein anderer der hat zwei video schon am stüssel 42 kills jungen boah warte mal wie viele kills hast du ich habe 21 äh ich hab 18 ja man da ist alter schwede